Da draußen, die durch die Nacht schlüpfen, den Blick der Kameras entschwindeln und ihre kürzesten Mauern dieser Fett verspunten. Ja, 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 ja. Uh, hm. So, dann haben wir das auch schon mal. Ein bisschen neben... Ich hab jetzt gedacht, ich bin grad bei Watch Dogs oder so. Die Häuser waren so hell aus. Das ist okay. So, wir haben eine neue SMS. Das seh ich gerade oben rechts am Bildschirmrand und zwar von Crawford. Crawford, wenn du erwischt wirst, bist du auf dich allein gestellt. Ich kann nicht einschreiten. Ich bin zu wichtig für den Widerstand. Ist natürlich klar. So, wo müssen wir denn... Ich verfolge grad kein Zielfeld mir grad auf, deswegen werd ich mal... Ach, mein Freund Seeker. Wo... Ach ja, stimmt, wir müssen ja die Ersatzzeile holen. Ja, da ist einer. Bleib hier. Bleib hier, Seeker. Seeker, Seeker. Pass auf, pass auf! Ja, ja. Ciao. Bitte bleib hier, Simon. Nee, das ist kein Seeker. Ähm... Was war denn noch mal ein Seeker? Ich hab's ganz vergessen. Höhöhöhöhö. Was war denn bitte ein Seeker nochmal? Mein... Was war der denn da? Wasser, was im Rücken... Es war Schmerz. Was war denn bitte? Was war denn bitte nochmal der Seeker? Oder war das so ein Fahrzeug? Ich habe vergessen, was die Seeker waren. Warte mal, gibt es hier irgendwie so Informationsterminals? Ähm, Wachposten? Hauptmenü? Seeker. Du solltest für Heather Drohnenteile der Seeker sammeln. Doch, das sind die Drohnen. Damit sie KVR-Technologie genauer studieren und herausfinden kann, wie sich das Gehirn des Goliaths manipulieren lässt. Das war doch ein Seeker, den ich jetzt erledigt habe. Oder irre ich mich da? Aber wieso habe ich denn immer noch 0 von 3 oben links stehen? Das ist mir jetzt aber gerade ein Rätsel. Hm. Hoppla. Hm. Dann werde ich nochmal gleich versuchen, nochmal so einen Seeker zu erledigen. Da ist nochmal einer. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Da. Ah, jetzt funktioniert es komischerweise. Ich würde gerne die Teile sammeln. Ciao. Ah, okay. Waren es doch Seeker? Ich habe es doch gewusst. So, verstecken wir uns mal ein bisschen. In der Hoffnung, dass uns keiner sieht. Okay. Ich glaube... Ich glaube, das war es. Ich glaube, wir können wieder raus. Ja. So. Ich vertue mich mal mit dem Messer und dem Rennen. Ich glaube, man merkt es. Ich habe zu viel... Ich habe zu viel wirklich, äh... No Man's Sky gespielt. Aber ich liebe das Spiel. Es ist so richtig so meins so zum Abschalten. Tralala. Uh, nein. Steck die Waffe weg. Wieso packt er denn die Waffe aus, wenn ich nicht heile? Sehr merkwürdig. Was ist das denn da? Kann das sein, dass die Teile von dem alten Seeker, den wir erledigt haben, noch da liegen? Dass er die vorhin nicht erkannt hat? Weil komischerweise habe ich jetzt hier einen Wegpunkt. Tatsache, das gibt es doch gar nicht. Bruder? Tatsache. Ich bin frei. Ich bin frei. Ich bin frei. Wo ist der... Da, 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 da. Na, zieh die Waffe. Oh. Oh. Warte mal, ich geh mal hier unten hin. Vielleicht findet mich hier keiner. Ah, geil. Die sind ein bisschen so unterirdisch. Vielleicht beruhigen die sich an einer Zeit. Wir gucken mal. Auf jeden Fall liegen die Teile jetzt da oben. Das ist schon mal gut. Wir warten mal. Ja, bleib mal locker. Was ist das für eine Aussage? Kann nicht. Uah. Nein. Das gilt nicht. Das war unfair. Boah, das war voll unfair. Ohne Scheiß. Das war voll unfair. Das war voll unfair. Ohne Scheiß. Da kannst du mir jetzt sehen, was du willst. Das war mega unfair. Geben aus dem Weg, du Penner. Ciao. Klettert hoch. Komm ich irgendwo rein? Scheiße. Äh. 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 Nein, ich hab hier keinen Ausgang. Lass mich. Ja, ja. Du hast mich nicht gesehen. Aua. Nein, steck die Waffe weg. Ich glaub, hier links kann ich mich irgendwo verstecken, wenn sie mich nicht sehen. Äh, da hinten. Das ist ne Mülltonne. Komm, 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 komm. Wenigstens haben wir schon mal, wenigstens haben wir schon mal die Dings. Ich glaube, ich glaube, ich glaube, wir sind wieder sicher, aber wir sind safe. So, jetzt können wir das Teil holen. Ich glaube, wir können gemütlich jetzt hier das Teil holen, das... Nein, nein, nein. Ich hab schon wieder Messer gedrückt. Es tut mir leid. Wir sollten so ein bisschen aus der Sichtweise bleiben. Das klingt jetzt vielleicht ungünstig, aber verpiss dich, hat sie gerade gesagt. Ich glaub, ich glaub das wohl. Ich weiß nicht, ich rette den ihr Arsch hier. Gut, ich weiß es natürlich nicht, aber dann so eine Aussage zu machen... Ähm, ja, gut. Äh, juckt mich jetzt nicht. Oh, Zeitung. Was gibt denn hier? American Terrorist Plans found and destroyed im Block 5. Mhm. Warte mal. So. Hallo, Jungs. Ich muss sie patrouillieren genau da, wo das Seeker-Teil liegt. Aber egal. Ich glaube, wir sind gleich weg. Na, hör auf zu zappeln. Hallo. Spiel hängt. Ah, jetzt. Sehr gut, Brady. Ich habe jetzt schon sehr viele Komponenten. Reife, Leistung. Bring alle Teile zu mir. Dann kann ich mit der Entschlüsselung beginnen. Aber gerne doch. Es ist hier voll am Pissen. Es sieht irgendwie total geil aus. Ich weiß nicht, was man nicht haben, dass sie einfach sagen, oh, die Spiele sehen so scheiße aus und halala. Äh, da ist ein Seeker. Ich stehe mal hier rum. Glaube ich besser, wenn ich jetzt hier so ein bisschen unter der Kamera langlaufe. So. Ich finde das Spiel irgendwie total geil, muss ich sagen. Ich mag das irgendwie. Mir macht es echt eine Menge Spaß. Und das ist ja die Hauptsache, dass ein Spiel Spaß macht. Auch wenn es hier immer wieder, wie gesagt, dasselbe ist und so. Nee, kannst du nicht. Nein, kannst du nicht. Du hast mich gerade schon gefragt. Das war, glaube ich, deine Zwillingsschwester. Ich brauche keine Hilfe. Ich helfe mir selber. Ja, wir haben ja genug Kohle. So ist es ja nicht. Na? Und ich bin auch kein Unmensch. Ich bin halt kein Unmensch und wir haben genug Kohle. Oh, diesmal hat er der Käppi auf. Für das erste Mal hier waren, hat er keine Käppi aufgehört. Hi, mein Freund. Er hat ja noch Latze gehabt. Er war bestimmt beim Friseur und will es jetzt nicht zeigen. So. Was haben wir? Achso, wir müssen ja da unten, ne? No Nocks. Hallo, ich habe die Teile für dich. Nein, 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 nicht so. Das gehört hierhin und das gehört dahin. Verstanden? Großartig. Danke, Brady. Die sind perfekt. Jetzt kann ich sie als Vorlage für die viel komplexere Architektur des Goliaths verwenden. Hey, Heather. Ich brauche dich beim Überprüfen der Hacking-Software. Sie... Nicht jetzt. Brady hat mir gerade die nötigen Seeker-Teile gebracht. Jetzt kann ich endlich mit dem Goliath-Gehirn kommunizieren und seine Befehlssprache umschreiben. Brady, Crawford hier. Ich habe Neuigkeiten zu den Goliaths, aber es gibt eine Komplikation. Ich setze dir meine Koordinaten. Komm so bald wie möglich zu mir. Okay. Neue Information. Der Informat. Triff Crawford in seinem Apartment. Ich glaube, wir... Bewegen... Ja, hoppla. Bewegen wir uns mal hin. Wir sind ja immer noch unsichtbar quasi. Wir haben noch keinen Alarm ausgelöst. Einen haben wir nicht. Auf gar keinen Fall. Hallo, mein Freund. Wir sehen uns. Ja, wir sehen uns definitiv. Was machst du da? Wir alle müssen uns auf das vorbereiten, was uns beforstet. Ja. Ach, ist gar nicht so weit weg. Du gehörst zum Widerstand. Ich habe nichts falsch gemacht. Was ein geiles Apartment. Alter Schwede. Was machst du da? Du gehörst nicht zum Widerstand. Ich habe nichts falsch gemacht. Der arme Kerl. Den Burger kann man jetzt nicht retten. Den Burger. Den Burger übrigens. Den Burger. Burger. Ich denke schon wieder an Essen. Ich habe keine Ahnung, warum. Ich esse halt gerne. Brady. Ich glaube, ich bin ganz nah dran, einen Goliath zu orten. Es gibt aber ein Problem. Sunderland, mein Vorgesetzter, interessiert sich in letzter Zeit sehr für meine Aktivitäten. Ich habe etwas nachgeforscht. Er sammelt schon seit einiger Zeit Informationen über mich. Angeblich hat er vor, alles der KVA zu berichten. Wir müssen zuerst handeln. Wenn er mich ausliefert, ehe ich die Informationen über den Goliath habe, werden wir Walker nie zurückholen können. Ich sehe nur eine Möglichkeit. Wir müssen ihn eliminieren und die Beweise vernichten. Sunderland beaufsichtigt den Innenhof, während er im Dienst ist. Wir müssen ihn unbemerkt ausschalten, sonst könnte das alles noch auf uns zurückzuführen sein. Wir wollen ja nicht, dass die KVA-Offiziere wegen des Todes eines Collaborators anfangen, herumzuschnüffeln. Was den Beweis angeht, er befindet sich definitiv in seinem Apartment. So wie ich ihn kenne, wird er alles weggesperrt haben. Ich habe mir den Ort vorhin angesehen. Du solltest dir leicht Zugang verschaffen können. Ich schicke dir die Daten auf dein Handy. Aha, schicke mir die Daten auf dein Handy. Sobald Sunderland von der Wildfläche verschwunden ist, kann ich meine Ermittlungen fortsetzen. Bald habe ich alles Nötige. Viel Glück, Brady. Alles klar. Dankeschön. Sehr... Huch. Stehle die Beweise aus dem Apartment des Vorgesetzten. Das ist unsere nächste Aufgabe und ich glaube, das wird lustig. So. Weil stehlen klingt so ein bisschen so, als würden wir da... sollten bestimmt umgesehen, ne? Ähm... Wieder umgesehen reinkommen, vermute ich mal. Diese Einheit ist zu ihrem Schutz bewaffnet. Nicht leer. Nein, 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 nein. Uah, uah. Ich bleib mal eben hier, damit ich in Ruhe mal eben kurz die... die SMS mal eben lesen kann. Ähm... So, Crawford soll Hilfe benötigen Er ist es wert, beschützt zu werden Du darfst ihm aber nicht alles glauben, was er über sein Was er macht denn da? Über sein Unverzichtbarkeit sagt Das wahre Ziel ist der Goliath Ja, das müssen wir ja Wir müssen ja den Goliath beschaffen Ich frage mich, wie wichtig das jetzt wird Wo könnte der Goliath denn dann auch sein? Ich frage mich, wo man so ein Ding auch herkriegt danach Dann gucken wir mal Was ist das denn? Warum brennt diese Ecke? Warum brennt diese Ecke mit den Blumen? Alles klar Nein, ich bin nicht da Ciao Nee, hat er nicht gesehen 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 Hat er nicht gesehen, sauber Hat er keinem gesehen Du bist nicht mehr weit von Sunderlands Apartment entfernt. Du solltest über die Feuerleiter reinkommen. Versuch aber, keine Aufmerksamkeit auf dich zu ziehen. Können wir nicht helfen? Über die Feuerleiter. Natürlich, weißt du, da ist die Kamera. Warte mal, ich kann es aber trotzdem mal eben ausprobieren. Ich habe ja das Ding, geht das jetzt eigentlich? Ah, das funktioniert. Es gab eine schwerwiegende Störung. Bleiben Sie ruhig, Offiziere sind unterwegs. Komme ich hier? Komme ich... Wo? Warte mal. Ah, das geht. Okay, du bist drin. Jetzt wird es schwierig. Das Beweismaterial wird versteckt und weggesperrt sein. Du musst es finden und vernichten. Ich muss es finden und vernichten. Die Frage ist, wo ist es? Ist es schwer zu finden? Ist es leicht zu finden? Hier scheint auf jeden Fall keiner zu sein. Tagebuch. Brief an Sunderland. Mr. Sunderland. Ich schreibe aufgrund des gestrigen Vorfalls außerhalb meines Wohnblocks auf der Apex Avenue. Als ich vom Rationsdepot nach Hause kam, sah ich Graffiti mit den Worten Scheiß KVA und Tod der Claps in der Gasse neben mein Gebäude. Ich habe es einem Friedenswächter gemeldet und als ich diesen Morgen nochmal nachsehen wollte, war das Graffiti weg. Ein Gefängnisarbeiter hat es wohl in der Nacht entfernt. Dieser Vorfall hat mich zutiefst entsetzt und ich habe Angst um mein Leben. Ich weiß, dass viele aufgrund unserer Begünstigungen verärgert sind. Doch das ist das erste Mal, dass diese Leute direkt gehandelt haben. Ich glaube, dass die jüngsten Tastaten des Widerstands sie alle ermutigen. Wie Sie wissen, leben in diesem Gebäude auch andere Offiziere mittleren Rangs. Ich bitte Sie hiermit, als Abschränkung eine Überwachungskamera in die Gasse zu installieren. Ich bin mir sicher, dass das Budget es zulässt. Vielen Dank für Ihre Zeit. Marc.